Himmel und Hölle kann man sehen als Orte, wo man nach dem Tod hingeht. Himmel und Hölle kannst du aber auch sehen als Orte, die in diesem Leben da sind. Im Christentum gibt es bestimmte Glauben für das Leben nach dem Tod. Und einer der vielen Glauben nach dem Tod ist, dass man nach dem Tod entweder in den ewigen Himmel oder die ewige Hölle geht. Im katholischen Glauben gibt es dann auch noch die Möglichkeit, an Fegefeuer zu glauben, wo man gereinigt wird, bis man dann in den ewigen Himmel geht. Im Hinduismus gibt es Himmel und Hölle als vorübergehende Aufenthaltsorte. Wer in diesem Leben Gutes bewirkt hat, der wird in den Himmel gehen. Wer Schlimmes gemacht hat, geht in die Hölle. Und zwar so lange, bis die Verdienste und die Schuld aufgebraucht sind. Dann geht man wieder in ein neues Leben und so weiter. Aber eine subtilere Interpretation von Himmel und Hölle ist, dass wir dieses Leben als Himmel und Hölle ansehen können. Wenn wir die Vorstellung haben, dass hinter allem die göttliche Kraft ist, dass das Leben dazu da ist, um spirituell zu wachsen, und dass wir jederzeit auf die Gnade Gottes bauen können, dann fühlen wir uns im Himmel. Wenn wir denken, dass das Leben uns eigentlich Glück schenken müsste, aber uns leider Schlimmes gibt, wenn wir denken, wir brauchen immer mehr und nie zufrieden sind von dem, was wir haben, dann fühlen wir uns in der Hölle. Himmel und Hölle können also innere Erfahrungen sein. Und es gibt ja auch viele Geschichten über Himmel und Hölle. Und eine davon möchte ich vielleicht zum Abschluss kurz erzählen. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mensch, der kam zu Gott und sagte ihm, ja, wie ist denn Himmel und Hölle? Oder es gibt diese Geschichte in verschiedenen Variationen. Er ist zu Petrus gegangen und hat gefragt, ja, wie ist denn Himmel und Hölle? Und sagt, ging Petrus erst mal, zeigte ihm, ging in einen großen Raum und da wurden die tollsten Gerichte aufgetischt. Und er dachte, das ist jetzt die Hölle. Und dann sagt er, warte mal ab. Und dann kamen die Menschen rein und die hatten sehr lange Unterarme und die waren so lange, dass sie nicht in den Mund geben können. Und die Menschen haben dann das Essen genommen, sie hatten Hunger, sie haben es hochgeworfen. Und dann sind das Essen ins Gesicht gegangen und manches konnten sie dann essen. Er verstand, ja, das ist die Hölle. Und dann ging er in den nächsten Saal und da wurden die gleichen großartigen Gerichte aufgetischt und Petrus sagte, das ist der Himmel. Und danach kamen die Menschen rein und die hatten genauso lange Unterarme, die auch sonst. Aber das ist doch das Gleiche, sagte Petrus, warte mal ab. Und was haben die Menschen gemacht? Mit ihren langen Unterarmen haben sie das Essen genommen und haben ihrem Nachbar zu essen gegeben. Das war dann der Himmel. Insofern ist, wenn Menschen sich gegenseitig helfen, ist es der Himmel. Wenn jeder nur sich um sich selber kümmert, das ist die Hölle. Was meinst du dazu? Schreib's doch in die Kommentare. Wenn dir die Geschichte gefällt, klicke doch auf Gefällt mir, Daumen hoch oder teile den Link zur Sendung mit anderen. Danke.